Ich muss jetzt auch mal kritisch anfangen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieses zweite Welle-Gelaber, ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen mit diesem zweite Welle, zweite Welle, zweite Welle, jeden Tag. Es sind so und so viele Infizierte, dann sind es wieder so, zweite Welle, zweite Welle. Ab wann ist es denn eine zweite Welle? Ab wann ist es denn? Also wann sind es dann zehn mehr, tausend Infizierte mehr, zehntausend Infizierte? Rein theoretisch könnte doch die zweite Welle auch kleiner ausfallen als die erste, oder nicht? Also, oder? Das können wir doch machen. Also rein theoretisch, ich meine, am Meer sind die Wellen ja auch unterschiedlich hoch. Da werden ja nicht nur die hohen Wellen gezählt, sondern auch die... Ja, aber ich habe mir mal so Gedanken gemacht, ich muss Ihnen hier auch ganz ehrlich sagen, so richtig Angst habe ich jetzt vor einem erneuten Lockdown nicht. Ich glaube, ich würde das sogar sehr begrüßen, weil ich bin ein ganz großer Fan in Sachen Homeschoolings. Ich bin ein Homeschooling-Verfechter, ich freue mich darauf, wenn die Kinder endlich wieder zu Hause sind, weil dann weiß ich, was sie nicht lernen. Verstehen Sie? Das ist dann faktisch für mich überschaubar. Und ich bin ein sehr guter Homeschooling-Lehrer. Schon alleine, ich bin da, da sind Sie schon mal sehr weit vorne in unserem deutschen Schulsystem. Ich bin hoch motiviert und ich habe ein Sakko aus Kort. Das sind die drei Grundpfeiler des Lehrerdateins und die kann ich erfüllen. Und dementsprechend machen wir dann zu Hause Homeschooling und wir haben das geliebt. Und Homeschooling ist einfach, das war für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben das eher spielerisch gemacht, also meine Tochter musste zum Beispiel hinten aus der Terrasse raus, einmal ums Haus, hat an der Haustür dann geklingelt und ich habe dann als Oberstudienrat puff, puff aufgemacht und dann haben wir Schule gespielt mit Pausenbrot, ja, große Pause, allem drum und dran. Und das war super. Das war eine gute Schule, weil das andere, also eine klassische Schule, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, haben Sie noch Vertrauen in das deutsche Schulsystem? Wie ist das? Ne, null. Es ist ja eher so eine Aufbewahrungsinstitution, ich sage mal so eine Art Packstation für Humanmaterial. Also was die die letzten Monate da abgeliefert haben, das ist ja wirklich eher traurig. Dann waren sie wieder überrascht, dass die Schule auf einmal wieder losging. Dann waren sie überrascht, wahrscheinlich, wenn sie jetzt wieder aufhört. Die sind ja immer überrascht. Man hat ja gar keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Insofern haben wir zu Hause Homeschooling ganz anders gemacht. Also wir sind richtig intensiv in die Materie eingestiegen. Ich muss sagen, ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau, das heißt gradlinig organisiert und übermäßig ehrgeizig. Wir haben dann die drei PDFs, ja, aber es sind richtige PDFs, ja, also die wir erarbeitet haben, nicht so auf Steintafelniveau mit Höhenoptik, nein. Wir haben diese drei PDFs, die ich meiner Tochter vorgelegt habe, richtig ehrgeizig abgearbeitet. Ich würde mal sagen, wir waren mit dem Schulmaterial nach zwei Wochen durch. Und ich habe dann gesagt, wir machen weiter, wir machen weiter. Und dann haben wir nicht nur die Grundschule zu Ende gemacht, wir haben direkt die Weiterführende Schule, haben wir auch schon durchgemacht, ja. Also meine Tochter hat mittlerweile Abitur mit Sonderanerkennung für besondere Kenntnisse, auch im außerschulischen Bereich. Und ich hoffe, der Lockdown wird dann noch ganz, ganz lange anhalten, weil dann soll sie auch studieren. Ich habe mir überlegt, sie macht erstmal einen Bachelor. Ja, habe ich sie gefragt, was willst du studieren? Da sagte sie, sie würde gerne Zahlen nach Mahlen, und das ist kein Versprecher. Okay, egal, auf jeden Fall Zahlen nach Mahlen und Kochen mit Nutella. Und das sind so ihre Interessen. Und ich bin ja dafür, man muss Kinder fördern, da wo sie sind. Also macht sie dann darin einen Bachelor. Wenn sie den dann hat, schenke ich ihr einfach den Master obendrauf. Ja, dann kann sie direkt promovieren. Das ist mir auch wichtig, dass sie Doktor wird, dann hat sie eine Chance. Und ich schätze mal, also ich gehe von der Regelstudienzeit von vier bis sechs Wochen aus. Und dann hat sie eigentlich das Ding im Kasten. Also spätestens Weihnachten dürfte sie damit durch sein. Dann soll sie noch ein Jahr ins Ausland. Das ist mir auch wichtig. Gut, kannst du beim Lockdown nicht machen. Da hatte ich die Idee, sie könnte ja zu den Nachbarn. Ja, aber nicht zu denen nebenan, sondern gegenüber auf der gegenüberliegenden. Straßenseite ist quasi über den großen Teich. Da lernt sie auch mal eine fremde Kultur kennen. Da lebt sie dann da für ein Jahr. Und wenn sie zurückkommt, macht sie noch ein Jahr Praktika. Im Homeoffice natürlich, ja. Also bei irgendeinem DAX-Unternehmen. Also nicht Lufthansa. Ja, das war gehässig. Ist egal. Also dann macht sie das und dann ist sie mit zehn, spätestens mit zehn, ist sie bereit für den Arbeitsmarkt. Und das ist ja im Grunde genommen dann auf Augenhöhe, sag ich jetzt mal, mit so einem Kindersoldaten aus Somalia. Oder mit so einem Silikatbuddler aus Somalia. Und das ist ja großartig. Das ist ja wichtig. Ich glaube, ich würde sogar auch so Elternsprechstunden, die würde ich abschaffen. Stattdessen würde ich direkt eine Kultusministerkonferenz bei mir zu Hause abhalten. Da müssten die ganzen Kultusminister vorbeikommen. Dann gebe ich denen wirre Vorgaben, an die sie sich ja eh nicht halten. Weil ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber bei diesen ganzen Kultusministerkonferenzen, da war ja eher so einhellig die Meinung, die Kinder, die sollten immer die Gearschtesten da draußen sein. Und so wird heutzutage entschieden. Und das ist natürlich auch wichtig, ja, für mich als Vater, dass ich eine Konstante habe. Und ich weiß einfach, in unserem Land, was so wunderbar präpariert für alles ist, gilt eine Regel. Die Kinder sind immer die Deppen. Und jetzt wird da draußen wunderfröhlich darauf hingewiesen, dass alle Schulen sehr schön in diesen Digitalismus umschalten können, damit die Kinder demnächst nur noch vor irgendwelchen Monitoren sitzen. Und dabei haben Erziehungswissenschaftler herausgefunden, der einfachste Weg in die Verdummung ist eine übermäßige Nutzung des Digitalen. Und das ist unsere Lösung. Naja gut, aber was rege ich mich auf? Ja, wir verändern einfach lieber nichts und konzentrieren uns auf die zweite Welle. Prost Mahlzeit. ZDF hat einen Namen. Qualität. Nee, Qualität. Also ZDF heißt ZDF und da ist Qualität. Und wenn Sie ZDF oder Dreisat ist auch, also öffentlich-rechtlich. Das ist schlau. Abonnieren.